In diesem Video lernen Sie die Anpassung von Standardsoftware kennen. Es gibt Standardsoftware und da ist ein Fokus auf die Anpassbarkeit. Wenn diese nicht anpassbar ist, muss es organisatorisch gelöst werden. Falls ja, ist eine technische Anpassung möglich. Bei den technischen Anpassungen gibt es vier verschiedene Arten. Die Anpassungsprogrammierung, Module, Parameter oder Tools, Masken und Listengeneratoren. Die technische Anpassung wird fachlich auch Customizing genannt. Wir schauen uns zuerst die Anpassungsprogrammierung an. Bei der Anpassungsprogrammierung wird zur Standardsoftware zusätzlich noch selber eine Software in die Dualsoftware erstellt. Diese ist in der Regel ausserhalb der Standardsoftware. Ist der Quellcode jedoch bekannt, kann die Standardsoftware auch angepasst werden. Die Anpassungsprogrammierung hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass es eine massgeschneiderte Lösung ist und ich kombiniere die Vorteile von Standard und Individualsoftware. Nachteile ist, Updates werden schwerer, weil ich die Software natürlich verändere und wenn die Standardsoftware dann Updates fährt, habe ich eventuell Probleme damit. Die Module. Die Anpassung per Modul wird auch Konfiguration genannt. Es wird nicht mehr eine komplette Software, sondern lediglich notwendige Module gekauft. Diese lassen sich dann einfach zusammenknüpfen. Auch das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es ist individuell zusammenstellbar. Es wird nur bezahlt, was effektiv auch benötigt wird. Aber als Nachteil, ich muss natürlich diejenigen Module kaufen, die dann auch zusammenpassen. Wir kommen zum Parameter, eine der häufigsten Anpassungsvarianten von Software. Bei der Parametrisierung wird nichts programmiert und auch nichts neu zusammengestellt konfiguriert. Es werden lediglich Werte innerhalb der Standardsoftware eingegeben, in der Regel via Masken in Tabellen. Diese Eingaben steuern dann den Programmablauf unmittelbar. So können zum Beispiel Währungen, Länder und sogar Maskeninhalte angepasst werden. Ich gebe also in eine Tabelle Werte ein und diese ändern dann meinen Ablauf und das Verhalten der Software. Das hat auch Vor- und Nachteile. Individuelle Anpassungen ohne Programmierung ist möglich und ist eine sehr rasche Anpassung. Allerdings ist es sehr komplex. In der Regel werden auch externe Fachleute benötigt, welche diese Einstellungen vornehmen können. Tools und Masken und Listengeneratoren. Ähnlich wie bei der Parameterisierung lassen sich auch mittels Tools Anpassungen vornehmen. Allerdings nicht so einfach über Masken, sondern mit Generatoren. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist es, dass eine individuelle Anpassung ohne Programmierung nach kurzer Einführung, Anpassung möglich und die Anpassungen sind nach Software-Update in der Regel wieder weg als Nachteil. Hier noch die Zusammenfassung.